Das 35. Kapitel. Die neue Ziffer steht einem Abschnitt zu Häupten, der den Bericht von einem Trauerfall in meines Freundes Lebensbereich einer menschlichen Katastrophe bringen soll. Aber mein Gott, welcher Satz, welches Wort, das sich hier geschrieben wäre, denn nicht vom Katastrophalen umwittert, das unser aller Lebensluft geworden ist. Welches erzitterte nicht insgeheim, wie nur zu oft die Hand, die es schrieb, von den Vibrationen der Katastrophe, auf die meine Erzählung zustrebt, und zugleich derjenigen, in deren Zeichen die Welt, zumindest die humane, die bürgerliche Welt heute steht. Hier handelt es sich um eine intim-menschliche, von der Außenwelt kaum beachtete Katastrophe, zu deren Erfüllung vieles zusammenkam. Männliche Schurkerei, weibliche Schwäche, weiblicher Stolz und berufliches Misslingen. Es sind nun 22 Jahre, dass beinahe vor meinen Augen Clarissa Rodde, die Schauspielerin, Schwester der ebenfalls sichtlich gefährdeten Ines, zugrunde ging. Nach Ablauf der Wintersaison 1921-22, im Mai, nahm sie sich zu Pfeiffering im Hause ihrer Mutter und ohne viel Rücksicht auf diese, hastig und entschlossen mit dem Gifte das Leben, das sie eben für den Augenblick, wo ihr Stolz das Leben nicht mehr ertragen würde, von langer Hand her in Bereitschaft gehalten hatte. Ich will die Vorgänge, die zu ihrer uns alle erschütternden, doch im Grunde nicht zu tadelnden Schreckens Tat führten und die Umstände, unter denen sie die Tat vollzog, mit kurzen Worten hier wiedergeben. Angedeutet wurde schon, dass die Besorgnisse und Warnungen ihres Münchner Lehrers sich als nur zu stichhaltig erwiesen und Clarissans künstlerische Laufbahn sich in Jahren noch immer nicht aus provinziellen Niederungen ins höhere, ansehnlich würdigere hatte erheben wollen. Von Elbing in Ostpreußen kam sie nach Pforzheim, im Badischen, das heißt, sie kam nicht oder wenig von der Stelle. Die größeren Schauspielhäuser des Reiches kümmerten sich nicht um sie. Sie war erfolglos oder ohne rechten Erfolg, aus dem einfachen und doch für den, den es angeht, so schwer zu fassenden Grunde, dass ihre natürliche Begabung nicht ihrem Ehrgeiz gleichkam. Kein echtes und rechtes Theaterblut ihrem Wissen und Wollen zur Wirksamkeit verhalf und ihr auf der Bühne die Sinne und Herzen einer widerspenstigen Menge gewann. Es fehlte im Primitiven, das nun einmal in aller Kunst, bestimmt aber in der des Komödianten, das Entscheidende ist. Möge das nun zu Ehren oder Unehren der Kunst und in Sonderheit des Komödiantentums gesagt sein. Etwas anderes kam hinzu, Clarissas Existenz zu verwirren. Sie hielt, wie ich längst mit Bedauern bemerkt hatte, Bühne und Leben nicht wohl auseinander. Sie war Schauspielerin und betonte die Schauspielerin, vielleicht eben, weil sie keine Rechte war, auch außerhalb des Theaters. Der leiblich-persönliche Charakter dieser Kunst verführte sie zu einer Aufmachung ihrer zivilen Person mit Gesichtskosmetik, gepolsterten Frisuren und überdekorativen Hüten. Einer völlig unnötigen und missverständlichen Selbstinszenierung, die auf den freundschaftlich Empfindenden peinlich, auf den Bürger herausfordernd und auf die männliche Lüsternheit ermutigend wirkte. Ganz irrtümlich und gegen jede Absicht, denn Clarissa war das spöttisch abweisendste, kühlste, keuscheste, nobelste Geschöpf. Mochte auch dieser harnisch-ironischen Hochmuts ein Schutzgebilde sein gegen Begehrungen ihrer Weiblichkeit, die sie nun doch wieder zur rechten Schwester Ines Institoris, der geliebten oder Cidvan geliebten Rudi Schwertfegers, machten. Jedenfalls war nach jenem wohlkonservierten Sechziger, der sie zu seiner Maitresse hatte machen wollen, noch mancher fand mit mindersoliden Absichten ruhmlos bei ihr abgefahren, auch ein oder der andere öffentlich Urteilende, der ihr hätte nützlich werden können, sich aber natürlich für die Niederlage durch höhnische Herabsetzung ihrer Leistung rechte. Dann endlich ereilte das Schicksal sie doch und machte ihr Naserümpfen kläglich zu Schanden. Ich sage kläglich, weil der Bezwinger ihrer Marktschaft seines Sieges durchaus nicht würdig war und von Clarissa selbst auch keineswegs als seiner würdig erachtet wurde. Er war ein Pseudo-dämonischer Spitzbart, Schürzenjäger, Kulissen, Abituer und Provinz-Vivère, der zu Pforzheim als Rechtsanwalt, Kriminalverteidiger wirkte, für seine Eroberung ausgestattet mit nichts als einer billig menschenverächterischen Svada, feiner Wäsche und viel schwarzen Haaren auf den Händen. Seine Routine erlag eines Abends nach dem Spiel, wahrscheinlich im Weinrausch, die Stachlichte, im Grunde aber unerfährende und wehrlose Sprüde, zu ihrem größten Zorn, ihrer stürmischen Selbstverachtung, denn der Verführer hatte ihre Sinne zwar einen Augenblick hinzunehmen, gewusst, aber sie empfand nichts für ihn außer dem Hass, den sein Triumph ihr erregte und der eine gewisse Verwunderung ihres Herzens einschloss, darüber, dass er sie, Clarissa Rodde, zu Falle zu bringen verstanden hatte. Durchaus und mit Hohn dazu verweigerte sie sich seitdem seiner Begierde. In Ängsten nur immer er möchte unter die Leute bringen, dass sie seine Geliebte gewesen, womit als Druckmittel der Mensch ihr damals schon drohte. Unterdessen hatten sich der Gequälten, Enttäuschten, Gedemütigten, Erlösende menschliche und bürgerliche Aussichten eröffnet, der sie ihr bot, war ein junger elsässischer Industrieller, der zuweilen in Geschäften von Straßburg nach Pforzheim herüberkam, in größerem Kreis ihre Bekanntschaft gemacht und sich sterblich in die schöngestaltige und spöttische Blondine verliebt hatte. Dass Clarissa damals nicht überhaupt ohne Engagement, sondern zum zweiten Mal, wenn auch nur für wenig dankbare Episoden rollen, dem Pforzheimer Stadttheater verpflichtet worden war, verdankte sie der Sympathie und Fürsprache eines älteren Dramaturgen, der, selbst literarisch bemüht, zwar auch nicht an ihre Berufenheit zur Bühne glauben mochte, aber ihren allgemeinen geistigen und menschlichen Rang zu schätzen wußte, welcher den im Gauklervölkchen üblichen so beträchtlich und oft so störend überstieg. Vielleicht, wer weiß, liebte er sie sogar und war nur selbst zu sehr der Mann der Enttäuschung und des Verzichtes, um zu seiner stillen Neigung Mut zu fassen. Zu Beginn der neuen Saison also begegnete Clarissa dem jungen Menschen, der versprach, sie aus einem verfehlten Beruf zu lösen und ihr dafür als seiner Gattin eine friedlich gesicherte, ja wohlbegüterte Existenz in zwar fremder, aber ihren Ursprüngen bürgerlich verwandter Sphäre zu bieten. Mit unverkennbarer Hoffnungsfreudigkeit, Dankbarkeit, ja Zärtlichkeit, die eine Frucht der Dankbarkeit war, berichtete sie brieflich an ihre Schwester und sogar an ihre Mutter über Henri's Werbung und auch über die Widerstände, auf die seine Wünsche vorläufig daheim noch stießen. Ungefähr des gleichen Alters wie seine Erwählte, Familiensohn oder Söhnchen auch wohl, Lieblings seiner Mutter, Mitarbeiter seines Vaters im Geschäft, vertrat er zu Hause diese Wünsche mit Wärme und gewiss auch mit Willenskraft, von der aber vielleicht ein mehreres nötig gewesen wäre, um rasch das Vorurteil seines bürgerlichen Clans gegen die Schauspielerin, die Vagabundin, eine Bosch noch obendrein zu überwinden. Henri hatte viel Verständnis für die Sorge der Seinen um seine Feinheit und Reinheit, für ihre Furcht. Er möchte sich verplempern. Dass er dies keineswegs tat, indem er Clarissa heimführte, war nicht so leicht, ihnen klarzumachen. Am besten geschah es, indem er sie persönlich in sein Elternhaus einführte, sie seinen liebenden Erzeugern, eifersüchtigen Geschwistern und urteilenden Tanten zur Prüfung vorstellte und an der Bewilligung und Anordnung dieser Entrevue arbeitete er denn seit Wochen. In regelmäßigen Billetts und bei wiederkehrenden Aufenthalten in Pforzheim unterrichtete er die Geliebte von seinen Fortschritten. Clarissa war ihres Sieges gewiss. Ihre gesellschaftliche Ebenbürtigkeit, nur verdunkelt durch den Beruf, den aufzugeben sie bereit war, würde Henri's ängstlicher Sippe bei persönlicher Begegnung schon einleuchten. In ihren Briefen und mündlich bei einem Besuch in München nahm sie ihre offizielle Verlobung und die Zukunft vorweg, der sie entgegensah. Diese stellte sich ganz anders dar, als das entwurzelte, ins geistige, künstlerische strebende Patricia Kind sie sich erträumt hatte. Aber sie war, der Hafen war das Glück, ein bürgerliches Glück, das ihr offenbar annehmbarer erschien durch den Reiz der Fremdartigkeit, die nationale Neuheit des Lebensrahmens, in den sie versetzt werden sollte. Sie malte sich das französische Geplauder ihrer zukünftigen Kinder aus. Da erhob sich das Gespenst ihrer Vergangenheit. Ein dummes, nichtssagendes und nichtswürdiges, aber freches und unbarmherziges Gespenst gegen ihre Hoffnungen und machte sie zynisch zu Schanden, trieb das arme Geschöpf in die Enge und in den Tod. Jener rechtskundige Lump, dem sie in schwacher Stunde angehört, erpresste sie mit seinem einmaligen Siege. Henri's Angehörige, Henri selbst, würden von seinem Verhältnis zu ihr erfahren, wenn sie ihm nicht neuerdings zu Willen war. Nach allem, was wir später in Erfahrung gebracht, müssen verzweifelte Szenen sich zwischen dem Mörder und seinem Opfer abgespielt haben. Vergebens flehte das Mädchen, zuletzt auf den Knien, ihn an, sie zu schonen, sie freizugeben, sie nicht zu nötigen, ihren Lebensfrieden mit dem Verrat an dem Manne zu bezahlen, der sie liebte und dessen Liebe sie erwiderte. Eben dies Bekenntnis reizte den Unhold zur Grausamkeit. Er machte gar kein Hehl daraus, dass sie, indem sie sich ihm jetzt überließ, nur für den Augenblick, nur fürs Nächste Ruhe gewann, die Reise nach Straßburg, die Verlobung erkaufte. Freigeben würde er sie nie, sie immer wieder nach seinem Belieben anhalten, sich ihm für sein Schweigen erkenntlich zu erweisen, dass er brechen würde, sobald sie sich der Erkenntlichkeit weigerte. Sie würde im Ehebruch zu leben haben. Das würde die gerechte Strafe für ihr Philistertum, für das sein, was der Mensch ihr feiges Unterkriechen im Bürgerlichen nannte. Ging es nicht weiter, kam ihr auch ohne seine Hilfe ihr Männchen auf die Sprünge, so blieb ihr immer die allesordnende Substanz, die sie von jeher in jenem dekorativen Gegenstand, dem Buch mit dem Totenkopf, aufbewahrte. Nicht umsonst sollte sie sich dem Leben durch den stolzen Besitz des hippokratischen Heilmittels überlegen gefühlt, ihm makabren Spott geboten haben, einen Spott, der ihr besser zu Gesichte stand als der bourgeoise Friedensschluss mit dem Leben, zu dem sie sich bereit finden wollten. Nach meiner Meinung hatte der Wicht es, außer auf erzwungene Lust, geradezu auf ihren Tod abgesehen. Seine infame Eitelkeit verlangte nach einer Frauenleiche auf seinem Wege. Es gelüstete ihn, dass ein Menschenkind, wenn nicht gerade für ihn, so doch von wegen seiner, sterbe und verderbe. Ach, dass Clarissa ihm den Gefallen tun musste. Sie mußte es wohl, wie alles ging und stand. Ich seh es ein. Wir alle mußten es einsehen. Noch einmal willfahrte sie ihm, um vorläufig Ruhe zu gewinnen, und war damit mehr als je in seiner Hand. Sie rechnete wohl, wenn sie erst einmal von der Familie angenommen, einmal mit Henri vermählt sei, werde sie noch dazu auf fremdem Staatsgebiet geborgen, schon Mittel und Wege finden, dem Erpresser die Stirn zu bieten. Es kam nicht dazu. Offenbar hatte ihr Quäler beschlossen, es zu der Heirat nicht erst kommen zu lassen. Ein anonymer Brief, von Clarissas Liebhaber in der dritten Person handelnd, tat sein Werk in der Straßburger Familie, bei Henri selbst. Er sandte ihr den Text, zur Rechtfertigung, wenn solche möglich war. Sein Begleitbrief ließ nicht eben eine unerschütterlichste Glaubensstärke der Liebe erkennen, die er für sie trug. Clarissa empfing die eingeschriebene Sendung in Pfeiffering, wo sie nach Schluss der Pforzheimer Theatersaison für ein paar Wochen im Häuschen ihrer Mutter hinter den Kastanien zu Gast war. Es war früher Nachmittag. Die Senatorin sah ihr Kind im Geschwindschritt von einem Spaziergang zurückkehren, den sie nach Tische auf eigene Hand unternommen. Auf dem kleinen Vorplatz des Hauses eilte Clarissa mit einem flüchtig wirren und blinden Lächeln an ihr vorüber in ihr Zimmer, dessen Schlüssel sich hinter ihr kurz und energisch im Schlosse drehte. In ihrem eigenen Schlafzimmer nebenan hörte die alte Dame die Tochter nach einer Weile am Waschtisch mit Wasser gurgeln. Wir wissen heute, dass dies zur Kühlung der Verätzungen geschah, die die furchtbare Säure ihr im Schlunde verursacht. Dann trat Stille ein, die unheimlich andauerte, als nach etwa zwanzig Minuten die Senatorin bei Clarissa klopfte und sie bei Namen rief. Wie dringlich sie dies wiederholte, so blieb die Antwort aus. Die Geängstigte mit ihrem über das Stirn nicht mehr recht zu ordnenden Haar und ihrer Zahnlücke lief hinüber zum Hauptgebäude und unterrichtete mit gepressten Worten Frau Schweigestill. Die viel Erfahrene folgte ihr mit einem Knecht, der nach wiederholtem Rufen und Klopfen der beiden Frauen das Türschloß sprengte. Clarissa lag mit offenen Augen auf dem Kanapé am Fußende des Bettes, einem Möbel der 70er oder 80er Jahre mit Rücken- und Seitenlehne, das sich aus der Rambergstraße kannte und auf das sie sich eilig begeben hatte, als beim Gurgeln der Tod sie überkam. Da wird wohl nichts mehr zu machen sein, liebe Frau Senator, sagte den Finger an der Wange und kopfschüttelnd Frau Schweigestill bei dem Anblick der halb aufrecht hingestreckten. Mir wurde dieser nur zu überzeugende Anblick noch spätabends zuteil, als ich von der Wirtin telefonisch benachrichtigt und von Freising herbeigeeilt die wimmernde Mutter als alter Hausfreund bewegt und tröstend in die Arme geschlossen hatte und mit ihr, Else Schweigestill und Adrian, der mit herübergekommen war, an der Leiche stand. Dunkelblaue Stockungsflecke an Clarissas schönen Händen und in ihrem Gesicht deuteten auf einen rapiden Erstickungstod die jähe Lähmung des Atmungszentrums durch eine Dosis Cyan-Säure, mit der man wohl eine Kompanie Soldaten hätte töten können. Auf dem Tische lag entleert, die Unterseite aufgeschraubt, jener bronzene Behälter, das mit dem Namen des Hippokrates in griechischen Lettern beschriebene Buch, auf dem der Totenkopf ruhte. Dabei ein an ihren Verlobten gerichteter, hastig geschriebener Bleistiftzettel des Wortlauts »Je t'aime«. »Une fois j'étais trompé«. »Mais je t'aime«. Der junge Mann fand sich zu dem Begräbnis ein, dessen Vorbereitung mir zufiel. Er war untröstlich oder vielmehr désolé, was gewiß irrtümlicherweise nicht ganz so ernst, ein wenig redensärtlicher anmutet. »Ich möchte den Schmerz nicht bezweifeln«, mit dem er ausrief, »Ah, Monsieur, ich lebte sie hinlänglich, um ihr zu verzeihen. Alles hätte gut werden können. Et maintenant, comme ça!« »Ja, comme ça!« Alles hätte wohl wirklich anders kommen können, wenn er nicht solch mattes Familiensöhnchen gewesen wäre und Clarissa eine verlässigere Stütze an ihm gehabt hätte. In jener Nacht verfassten wir, Adrian, Frau Schweigestill und ich, während die Senatorin in tiefem Jammer bei der erstarrten Hülle ihres Kindes saß, die öffentliche, von Clarissas nächsten zu unterzeichnenden Todesanzeige, der eine schonende Eindeutigkeit zu verleihen war. Wir einigten uns auf eine Formulierung, die besagte, dass die Verstorbene nach schwerem, unheilbarem Herzeleid das Zeitliche gesegnet habe. Dies hatte der Münchner Dekan gelesen, bei dem ich vorsprach, um ihn für die von der Senatorin dringend gewünschte kirchliche Bestattung zu gewinnen. Nicht allzu diplomatisch fing ich das an, indem ich von vornherein naiv vertrauensvoll die Tatsache einbekannte, dass Clarissa den Tod einem Leben in Unehre vorgezogen habe, wovon doch der Geistliche, ein robuster Gottesmann von echt lutherischem Typ nichts wissen wollte. Ich gestehe, dass es eine Weile dauerte, bis ich begriff, dass zwar einerseits die Kirche sich nicht inaktiviert zu sehen wünschte, dass sie aber nicht bereit war, den erklärten, wenn auch noch so ehrenhaften, Selbstmord einzusegnen. Kurzum, dass der kräftige Mann nichts anderes wollte, als dass ich lüge. So lenkte ich den Fass lächerlich unvermittelt ein, bezeichnete alles als unaufgeklärt, ließ einen Unglücksfall, eine Flakonverwechslung als möglich, ja wahrscheinlich zu, und erreichte so, dass der Dickkopf geschmeichelt denn doch für seine heilige Firma, durch das Gewicht, das man auf ihre Teilnahme legte, sich bereit erklärte, die Exequien vorzunehmen. Sie fanden statt, auf dem Münchner Waldfriedhof, unter vollzähliger Beteiligung des rottischen Freundeskreises, auch Rudi Schwertfeger, auch Zink und Spengler, sogar Schildknapp fehlten nicht. Die Trauer war aufrichtig, denn alle hatten die arme, schnippische, stolze Clarissa gern gehabt. Ines Instituris, in dichtem Schwarz, nahm anstelle ihrer Mutter, die sich nicht sehen ließ, das Hälschen schräg vorgestreckt, in zarter Würde, die Beileidsbezeugungen entgegen. Ich konnte nicht umhin, in dem tragischen Ausgang des Lebensversuchs ihrer Schwester ein böses Omen für ihr eigenes Geschick zu sehen. Übrigens hatte ich im Gespräch mit ihr eher den Eindruck, dass sie Clarissa beneidete, als dass sie sie betrauerte. Die Verhältnisse ihres Gatten litten fortschreitend unter dem von gewissen Kreisen gewollten und herbeigeführten Verfall der Währung, die Brustwehr des Luxus, dieser Schutz vor dem Leben, drohte der Ängstlichen zu schwinden, und schon war es fraglich geworden, ob man die reiche Wohnung am englischen Garten werde halten können. Was Rudi Schwertfeger betraf, so hatte er zwar Clarissa, der guten Kameradin, die letzte Ehre erwiesen, aber den Friedhof so bald wie möglich wieder verlassen. Nachdem er bei der nächsten Leidtragenden zu einer Kondolenz vorgesprochen hatte, auf deren formelle Knappheit ich Adrian aufmerksam machte. Es war wohl das erste Mal, dass Ines den Geliebten wieder sah, seit er ihr Verhältnis gelöst hatte. Ich fürchte mit einiger Brutalität, denn es in netter Weise zu tun, war bei der verzweifelten Zähigkeit, mit der sie sich daran klammerte, wohl nicht gut möglich gewesen. Denn, wie sie daneben ihrem zierlichen Gemahl am Grabe der Schwester stand, war sie eine Verlassene und aller Mutmaßung nach entsetzlich unglücklich. Es hatte sich aber gewissermaßen zu Trost und Ersatz ein kleiner Verband von Frauen, um sie zusammengeschlossen, dessen Mitglieder denn auch zum Teil mehr um ihretwillen als zu Clarissas Ehren der Trauerfeier anwohnten, zu dieser kleinen und festen Gruppe, Genossenschaft, Körperschaft, diesem Freundschaftsklub, oder wie ich mich ausdrücken soll, gehörte die exotische Natalia Knüterich, als Inessens Nächste vertraute. Es gehörte aber auch dazu eine von ihrem Mann geschiedene, rumänisch-siebenbürgische Schriftstellerin, Verfasserin einiger Lustspiele und Inhaberin eines Bohemensalons in Schwabing, ferner die Rufschauspielerin Rosa Zwitscher, eine Darstellerin von oft großer, nervöser Intensität, und noch eine oder die andere weibliche Figur, deren Kennzeichnung sich hier erübrigt, besonders da ich nicht bei jeder der aktiven Zugehörigkeit zu dem Bunde ganz sicher bin. Der Kitt, der ihn zusammenhielt, war, der Leser ist darauf vorbereitet, es zu vernehmen, das Morphium. Ein überaus starkes Bindemittel, denn nicht nur, dass die Genossen einander in unheimlicher Kameradschaftlichkeit mit der beglückenden und verderblichen Droge aushalfen, sondern auch moralisch besteht eine trübselige, aber auch zärtliche und sogar wechselseitig verehrungsvolle Solidarität zwischen den Sklaven derselben Sucht und Schwäche, und in unserem Fall wurden die Sünderinnen zudem noch durch eine bestimmte Philosophie oder Maxime zusammengehalten, die von Ines Institores ausging und der zu ihrer Rechtfertigung alle fünf oder sechs Freundinnen beipflichteten. Ines vertrat nämlich die Ansicht, ich selbst habe sie gelegentlich aus ihrem Munde vernommen, dass der Schmerz Menschen unwürdig, dass es eine Schmach sei, zu leiden. Nun sei aber, noch ganz abgesehen von jeder konkreten und besonderen Erniedrigung durch Körperschmerz oder Herzeleid, das Leben selbst, an und für sich, das bloße Dasein, die animalische Existenz, eine unwürdige Kettenlast und niedrige Beschwer und nichts weiter als Nobel und Stolz, ein Akt des Menschenrechtes und geistiger Befugnis sei es, diese Bürde sozusagen abzustemmen, sich ihrer zu entlasten, Freiheit, Leichtigkeit, ein gleichsam körperloses Wohlsein zu gewinnen durch die Versorgung der Physis mit dem gesegneten Stoff, der ihr solche Emanzipation vom Leiden gewährte. Dass diese Philosophie die moralisch und körperlich ruinösen Folgen der verzerrtelnden Gewohnheit in den Kauf nahm, gehörte offenbar zu ihrer Norblessen. Und wahrscheinlich war es das Bewusstsein gemeinsamen frühen Verderbens, was die Kumpanin zu solcher Zärtlichkeit, ja, verliebten Venerationen untereinander stimmte. Nicht ohne Widerwillen beobachtete ich das entzückte Aufleuchten ihrer Blicke, ihre gerührten Umarmungen und Küsse, wenn sie in Gesellschaft zusammenkamen. Ja, ich bekenne meine innere Unduldsamkeit gegen diese Selbstdispensierung, bekenne sie mit einer gewissen Verwunderung, da ich mir sonst doch keineswegs in der Rolle des Tugendboldes und Splitterrichters gefalle. Es mag jene gewisse süßliche Verlogenheit sein, zu der das Laster führt oder die ihm von vornherein immanent ist, was mir die unüberwindliche Abneigung einflößt. Auch verübelte ich der Ines die rücksichtslose Gleichgültigkeit gegen ihre Kinder, die sie mit der Hingabe an diesen Unfug bewies und die den auch aller Affenliebe zu den weißen Luxusgeschöpfen als Lüge enthüllte. Kurzum, die Frau war mir in der Seele verleitet, seit ich wusste und sah, was sie sich erlaubte und sie bemerkte recht wohl, dass ich sie in meinem Herzen hatte fallen lassen und quittierte die Wahrnehmung mit einem Lächeln, das mich in seiner vertrackten und spitzbübischen Bosheit an das Frühere erinnerte, das sie gezeigt, als sie zwei Stunden lang meine menschliche Teilnahme an ihren Liebesschmerzen und Lüsten eingestrichen hatte. Ach, sie hatte wenig Grund, sich lustig zu machen, denn ein Elend war es, wie sie sich entwürdigte. Wahrscheinlich nahmen sie Überdosen, die ihr nicht lebhaftes Wohlsein schufen, sondern sie in einen Zustand versetzten, worin sie sich nicht sehen lassen konnte. Jene Zwitscher spielte genialer unter der Wirkung des Mittels und Natalia Knüterich erhöhte damit ihren gesellschaftlichen Scharm. Aber der armen Ines geschah es wiederholt, dass sie in halber Bewusstlosigkeit zu Tische kam und sich mit verglasten Augen und nickendem Kopf zu ihrer ältesten Tochter und ihrem kleinlich, peinlich berührten Gatten an dem immer noch wohlgepflegten, von Kristall funkelnden Esstisch niederließ. Ich will dazu eines gestehen. Ines beging ein paar Jahre später ein Kapitalverbrechen, das allgemeines Entsetzen erregte und ihrer bürgerlichen Existenz ein Ende machte. Aber so sehr auch mir vor der Untat schauderte, so war ich doch aus alter Freundschaft fast stolz, nein, entschieden stolz darauf, dass sie in ihrer Gesunkenheit die Kraft und wilde Energie zu der Handlung gefunden hatte.